Immer öfter wird die klassische Erdbestattung durch den Wunsch nach einer ganz persönlich gestalteten Trauerfeier als Ausdruck der eigenen Weltanschauung ersetzt. So hat sich die Bestattung Tempora mit innovativen Ideen der Zeit angepasst und Modernität in die Bestattungskultur einfließen lassen. Es hat sich natürlich auch von den Leistungen einiges geändert. Es ist die Urne verrottbar geworden, das heißt, soll jetzt eine Urne im Grab beigesetzt werden, muss sie verrottbar sein, dass sie dann in den Wurzeln reingeht. Weiterhin im Aufwind ist natürlich die Sehbestattung, eine neue Urnenhain, wo wir dann eine anonyme Baumbestattung haben, Diamant, Saphir, Kutsche gibt es natürlich auch noch zum Sagen, mit dem, was wir immer mehr haben. Es gibt immer mehr Pferdefreunde, haben eine alte Kutsche angekauft, die, was wir natürlich auch im Angebot haben. Individuelle Trauerfeiern werden immer mehr. Individuell ist auch die Bestattung in Form eines personalisierten Edelsteins. Aus biogenem Material wie etwa Haare oder Asche werden Elemente extrahiert, die dafür sorgen, dass ein farbiger Saphir oder Rubin entsteht. Wir extrahieren aus der Asche die anorganischen Stoffe, Elemente wie Phosphor, Calcium, Eisen, Titan und viele mehr und transferieren die in diese künstlichen Edelsteine, die wir erzeugen. Und somit können wir als einzige Firma weltweit personalisierte Edelsteine herstellen, die eben als Erinnerungsstein, als Generationenstein eine Alternative zur herkömmlichen Bestattung darstellen. Grundsätzlich bieten wir drei Farben. Einmal den Naturton. Hier werden die Elemente so verarbeitet, wie sie in der Asche waren. Wenn man einen schönen roten Rubin haben möchte, wird das Element Chrom beigefügt, das zwar auch im Menschen und in der Asche drinnen ist, aber zu wenig, um die Farbe so dunkel zu bekommen. Und bei blau ist es Eisen. Von den Schliffen gibt es auch sechs verschiedene Möglichkeiten. Von einem klassischen Brillantschliff bis hin zu rechteckigen oder quadratischen Schliffen. Und wir haben noch etwas ganz Neues hier. Einen Naturton. Dieser Schliff haben wir jetzt ganz neu am Markt gebraucht, namens Wild Beauty. Hier werden die Ecken, die Kanten so geschliffen, dass man sich nicht verletzt. Ansonsten bleibt der Stein relativ naturbelassen. Da auch die Zahl der konfessionslosen Verstorbenen steigt, bietet die Bestattung Tempora auch Trauerfeiern in den Aufbahrungshallen der Friedhöfe oder im hauseigenen Verabschiedungsraum an. Das Team der Bestattung Tempora ist aber auch Begleiter über das Begräbnis hinaus. Bei uns werden die Trauergruppen, die offenen Trauergruppen, angeboten einmal im Monat und die individuellen Trauergespräche auch einzeln. Die offenen Trauergruppen sind eben einmal im Monat. Die habe ich seit fünf Jahren bei uns. Und es ist sehr wichtig, dass sich Menschen einfach austauschen können, die Ähnliches erlebt haben. Die Bestattung Tempora bietet also alle Dienstleistungen rund um Vorsorge, Trauerhilfe und Lebensbegleitung an. Auch Soforthilfe im Trauerfall steht unter der Nummer 0676 88 609 777 rund um die Uhr zur Verfügung. Den Namen Tempora gibt es jetzt seit zehn Jahren. Es war 2005, ich kann mich noch gut erinnern, wie ich zum Bürgermeister Katzengruber gegangen bin und gesagt habe, was machen wir mit der Bestattung. Und ich habe mir die Freigabe gegeben, ein völlig neues Unternehmen daraus zu machen. Und es hat wirklich gefruchtet. Wir sehen jetzt, die Tempora ist zu einem Standbein für die Stadtwerke geworden. Und wir sind sehr zufrieden damit, mit der Entwicklung. Und es war eine tolle, eine tolle Firmengeschichte. Es war fast eine Firmenneugründung, kann man sagen. Und die Tempora ist ein Kind eigentlich von den Stadtwerken, muss ich sagen. Getrauert wird heute nicht mehr nur konkret in Tränen und emotionaler Ergriffenheit, sondern auch im Internet. Bestattung Tempora bietet auch ein Online-Trauerportal mit Kondolenzbucheintragung und Trauerkerzen zum Anzünden auf www.tempora.at an. Alleluia, Alleluia, Alleluia.